Traurige Nachrichten YouTuber Kenan Cahill ist tot Er verstarb mit nur 27 Jahren am 29. Dezember, wie ein Sprecher der Familie gegenüber dem Sender WGN bestätigte. Mit YouTube wurde Kenan vor allem in den frühen 2010er Jahren berühmt. Mit seinen lustigen Lippensynchronisation-Videos wurde Kenan auch bei großen Stars wie Ariana Grande, Katy Perry und 50 Cent bekannt, die mit ihm zusammen vor die Kamera traten. Die Todesursache ist nicht bekannt, jedoch ist öffentlich, dass der Internetstar an der Erbkrankheit Marotolami-Syndrom litt, was bei ihm zu Kleinwüchsigkeit und weiteren Organerkrankungen führte. Noch wenige Tage vor seinem Tod unterzog sich der Internetstar eine Operation am offenen Herzen, wie er Mitte Dezember auf seinem Instagram-Account erklärte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017